Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Machen wir das noch ein paar mal mit dir her. Du hier, Ingmar Bergmann, Szenen einer Ehe, Liv Ullmann. Ja und wer spielt den Typen? Na ich! Dann ist das viel zu düster. Ich hab's. Paris, Texas. Nastasja Kinski. 30 Jahre später! Das funktioniert so nicht. Das spielt nie mit. Und jetzt war das alles umsonst oder was? Soll ich mich morgen abmoksen lassen? Ich hab's. Weißt du was? Ja. Ich hab schon gedacht, du kommst nicht mehr. Deine Haare sind irgendwie anders. Hast du mal Urlaub? Nee. Nee. Was geht? Weißt du doch. Auf den Film! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen ja zum Schnitt. Wir haben den ganzen Tag geackert und das Resultat kann sich echt sehen lassen. Beim Bier hab ich mich ein bisschen zurückgehalten. piecemen vor mir. Ich hab mit vier. Da sind egal. Ge ist egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020